Ja gut, äh, äh, warte, ah, da. So, ich bin wieder der Dicke. So, wie immer. Ah, der Käsekuchen ist übrigens gut geworden. Er ist auch lecker, aber ich finde den mit, äh, Pudding irgendwie besser. Also den, den ich vorletzt... Ich kann mich nicht nur von Käsekuchen ernähren. Nein. Vielleicht waren die besonders klein. Hm. Könnte sein. Könnte sein. Äh, müssen wir jetzt hier nochmal das... Ne, das Schneckenrennen haben wir doch beim letzten Mal gemacht. Wir müssen weiter, ne? Was? Oh. Ist nicht mein Problem. Oh, doch. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das letzte Mal haben wir doch meine Blume gerettet, ne? War das nicht so? Ah, stimmt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich musste doch irgendein... Musste ich da hoch? Oh. Oh, ich muss erst mal gucken, wie war denn die Steuerung? So. Bitteschön. Ah ja, genau. Und jetzt muss ich dir wieder... Oh Gott. Jetzt muss ich dir wieder sagen, was ich brauche. Also. Äh, links. Ah, ich kann nicht springen. Mann. Geh da hoch, Cody. Batschur, ich kann grad nicht. Okay, äh, Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Okay, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja! Ich hab's. Oh, nicht wieder runterfallen. Alter, nicht da runter. Nein, warte, ich hab die Steuerung gleich. Ah! Sorge mal! So. Wollte ich schon sagen, was ist das? Ich hab's bei mir noch nicht hinbekommen, dass es vermutlich klingt, was. G-Man? Ja, Katja ist da ein bisschen schwierig. Das ist unfassbar, ne, Batschur kennt einfach alles. Oh, warte, das ist ein bisschen. Batschur hat mir irgendwie... Ermehr unterstrich Batschur. Das sind extra höhenverstellbare Lautsprecherfüße gelagert, damit sich der Schall nicht überfragt. Vermutlich das Problem, dass ich im Moment... ...quasi was Feines für guten Klangraum. Etami unterstrich Koffein. Ja. Hang on, Joey. Äh, ja, er hat dir was... Müssen wir jetzt nochmal gegen Joey kämpfen? Ich weiß es nicht, scheinbar schon. Hat er das nicht richtig gespeichert? Irgendwie scheinbar nicht. Ich glaube, du musst da wieder... Ja, ja, Moment. Puh, auch nicht da rein. Ja, es ist mir aufgefallen. Wie ist das, Gießen? Ich kann das da wegmachen. Ah, that's much better. Ja, Mann, da hinten, genau, da hinten konnte ich wieder irgendwie eine Blume werden. Oder Wiese irgendwie. Ja, Moos. Das ist das, äh, die Pflanze, die sich nicht gut artikulieren kann. Moos. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir jetzt wieder gegen die Blume ran müssen. Das war eigentlich nicht, ne? Nee, hier waren wir doch schon. Aber wir kommen jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Kannst du das nicht hier irgendwie mit deiner Blume oder was auch immer du im Bokel hast, irgendwie da aufziehen oder so? Nee, warte mal. Hä, wir sind doch falsch hier, oder? Ich glaube, du musstest sie gießen und dann kann ich sie irgendwie so aufmachen. Ich bin ein wenig verwirrt. Ja, ich auch. Kannst du hier aber nicht gescheit gießen, ne? Hast du auf Fortfahren gedrückt? Ich hab auf Fortfahren gedrückt. Vielleicht hast du hier noch nicht alles... Warte mal. Ich hab mich hier nicht alles losgelegt. Ah, jetzt. Ach Gott. Er hat ein Pixel gefehlt. Ach gut. So. Warte, 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 warte. So. Ich musste erst die Tasse nehmen. Ja, alles gut. Ich bin wie Yoda. Ja, warte, ich hab ihn... Au. Ich halte ihn immer wieder für... Aaaaaaah. So. Oh Gott. Äh, wo ist die... So. Okay, ich bin sofort wieder da. Boah, erst mal wieder reinkommen. Das ist ja gebliebhaft. Ah, jetzt. Ah, nee, warte. Das ist ja auch später ruf. Ah. Ja, das ist auch super, wenn wir gerade so wieder versuchen, in die Steuerung reinzukommen. Direkt ein Bosskampf. Geil. Ah, es gibt nichts Besseres. Äh, ach so, ja genau. Jetzt mussten wir da irgendwie wieder hoch. Ich muss da oben auch die Blumen überall pflanzen und dann... Hm. Nein, da. Ja. Ja, du zu. Ui. Ah. Ah. Das war doch RB, oder? Ja. Ja. Ich werde von einer Blumenwese verfolgt. Ah. Ab und so, das wird einem lustigen Smiley in der Mitte. Ich sehe einfach so dämlich als Blume aus. Ja. Ja. So, ist unten? Oh, ich war ab. Alles gut. Ist unten. Unten. Also. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben das beim letzten Mal besser hingekriegt. Ich glaube, da waren wir noch ein bisschen mehr in Übung. Ich drücke hier ständig die falsche Taste. Ja, ich auch. Unten. Das würde jetzt aber reichen, ne? Ja. What? Oh, das ist so schön. Oh Gott, ich hätte ja mega gern so ein halb überwuchertes Gewächshaus, ne? Ich könnte zwar nicht reingehen. Das ist ja egal. Was man bederben würde. Das ist egal. Von außen einfach reingucken. Uns ist eben aufgefallen, ich muss dringend am Freitag Rasen mähen. Mein Rasen steht ungefähr hüft hoch. Oh. Ja, dann wird das langsam Zeit. Ja, das Problem ist eigentlich, dass mein Mann das immer macht, weil ich halt immer heuschnupfen bedingt quasi beim Rasen mähen blind werde. Okay, das ist kacke. Außerdem, glaube ich, mag er einfach auch unser Rasen mähen. Und durch sein Problem mit der Schulter ging das halt jetzt die ganze Zeit nicht, ne? Und dann wollte ich Rasen mähen und dann hat es angefangen zu regnen. Ah, ja, okay. Ja, und jetzt muss ich am Freitag auf jeden Fall Rasen mähen und gucke, was da wolle. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt ja nochmal einen neuen Topf geholt, wo ich meine, äh, eine Indoor-Pflanze nochmal umpflanzen will, weil... Aber die nimmt so kleinen Topf. Er mir unterstrich Barschur. Streusalz, wenn Regen gemeldet ist. Viel Streusalz. Hust, hust. Nein. Was macht Kohler hoch? Kein Streusalz? Er meinte Streusalz, wenn Regen gemeldet ist. Viel Streusalz. Nein. Nein, nein. Nein, nein. So was machen wir nicht. Jodie? Oder wie hieß die? Judy, Jodie. Marianne? Wie ein Linie auf jeden Fall. Ja. Er mir unterstrich Barschur. Dann muss man aber keinen Rasen mähen. Das ist richtig, Barschur. Dann muss man wirklich keinen Rasen mehr mähen. Ja, nie wieder. Es hat mir viel mehr gegeben, dass ich diesen toten Fleck, den ich da geerbt habe, als ich hier eingezogen bin, wieder Rasen nennen kann. Ja, dann sollte man da wirklich nicht mit Streusalz rangehen. Nee. Joy! 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 Das Lustige ist, also das ist jetzt erst lustig, seitdem wir Grounded spielen, dass dieser eine Fleck, da hatten die vorher in Sandkasten stehen, ähm, das ist jetzt quasi ein Kleewald. Ah! Und seit gestern mögen wir ja kein Klee mehr. Also ich möchte schon... Ach ja! Ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Ich schaff das! Ich hoffe ich! Aua! 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 Meine Tomate hatten keine Risse. Ich bin normal! Ich bin normal! Ich würde gerne bitte hier weiter, weiter sauber machen. Hallo! Nee, nee, nee! Okay, was muss ich tun? Okay, was muss ich tun? Joy? Joy was muss ich tun? Iiiiiiiiiiiiiiiiii.... Bist du da endest? Oh Gott, wenn wir so ne Blumenkronter treffen würden, ne? Boah! Nee, deinstallieren. Sofort. Einfach direkt deinstallieren. Ah, das war jetzt wieder das mit dem Ausweichen. Stop listening, Cody! Au, au, au. Erster Versuch. Schiefgegangen. Oh, das ist mein Armus. Schiefgegangen. Oh, jetzt hab ich gedacht, du bist schon wieder... Au! Okay, das war ich jetzt. Weiße! Das läuft irgendwie nicht so, ne? Ganz da hinten, ganz da hinten! Auf! Was? Boah! Also diese Ausweichpassagen, die sind schon tricky. Ah, Kartoffelkopf! Ich bin auf Deutsch. Ich muss ne Kartoffel sein, oder? Kümmer mich drum. So, andere Seite. Was? Oh, das war gut. Oh, das war gut. More critters! Oh! Oh! Mein Wasserschlauch ist definitiv nicht genug Druck für so Aktion. Ne. Ah, okay. Und wieder rein in die Blume. Gesundheit. Ich... Ich... Ich glaube, da spricht der Heus schon. Ich glaube, da spricht der Heus schon. Mach den Rücken kaputt! Das war die Bandscheibe. Ja. Aber so langsam kommen die Erinnerungen wieder. Ja. Das ist ganz gut. So. Jetzt geht's wieder ans Springen. Ich hasse Springen. Oh, okay. Du machst das aber auch ganz cool. Nein, was mache ich denn? Ah! Okay. Das läuft gar nicht so schlecht. Hm. Und wir sind kein einziges Mal gestorben. Oh, okay. Ach ja, das war ja das für die Zeitlupe. Äh, warum? Ich kann da nur in so Passagen einfach nichts sagen. Also ich bin sofort raus. Alles gut. Ich bin sauer. Ich bin sauer. kiel'n? Nein. Ich bin sauer. Ich schroze das hin. Ich halte die Sachen, Cody! Das ist kein Problem. Die krieg ich kaputt. Nur die oben krieg ich nicht kaputt. Lifetime. Mmhm. Wie ich immer blinze. Das sieht so süß aus. Obwohl ich sauer bin. Ah, da ist ein Schnee. Nee, alles gut. Okay. Ich glaube, das war jetzt die letzte Runde. Ich glaube, wir fern. Ja, alles gut. Sie ist eh noch am Katschen. Alles gut, alles gut. Ich versuche, sie mal zum Beugen zu bringen. Verneige dich. Verneige dich. Vor dem Master Ninja. Oh, fuck. Aber der... Nicht du. Ich glaube, weiter runter geht es nicht. So lange ich es gerade kriegsleinig da oben an der Knospe hängen, ist das nicht so dramatisch, wenn da unten die Bäumchen rumrennt. Nee, 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 nee. Ah, so schön. Wow. It's beautiful. It really is. Joy. Are you okay? I am now. Ich finde sie immer noch gruselig. Aber ich finde sie voll schön. Sie ist schön gruselig. Ja. Ungefähr so wie die Vampirlady aus Resident Evil 8. Ich finde sie auch mega schön, aber sie ist gruselig. Ich finde sie nicht so wichtig, wie wichtig es war für Cody. Ich bin jetzt. Das ist gut. Aber es ist nicht deinem Grund. Cody hat sich auf auf zu sein. Huh. Nein, du bist gruselig. Ich werde es nie wieder aufgeben. Ich glaube, danach hatten wir ja Schluss gemacht, ne? Ja. Also danach kam einmal nochmal das Buch und dann hätten wir vielleicht erwarten müssen, bis der Level wieder losgeht oder so. Ja, ich glaube auch. Immerhin sind wir jetzt wieder reingekommen. Ja, das war ein guter Einstieg. Ich finde das auch wahnsinnig uncool, dass bei dem Kind einfach da so eine Steckerleiste im Zimmer liegt. Hallo, Luzi. Creepypflanze. Hallo, Hase. Ich auch, aber sie sterben immer. Ich sollte mir einfach mehr Zeit nehmen und mich vielleicht mal damit auseinandersetzen. Oder Grünlilien. Ja. Grünlilien oder Schmucklilien, weil die sind super. Wenn die Blätter grau werden, gibst du einen Becher Wasser und dann brauchst du dich die nächsten vier Wochen wieder eine Strohkümmel. Okay. Ja, meine Schwiegermama war ja, äh... Vorgestern war sie da und hat mir ja was mitgebracht. So als Dankeschön, weil sie ja immer hier mitfuttern darf. Ein riesiger Strauß Rosen. Okay. Einfach mal so. Äh, und Schokolade. Und, und, Erne, unterstrich, Baschur. Plastikblumen und 1- bis 2-mal im Jahr Druckluftreinigung. Ja, Baschur, das geht dann eher in meine Richtung, das ist richtig. Aber die Plastikblumen, die schmeiße ich noch runter und dann gehen sie kaputt. Das ist kaputt. Es gibt doch so einzelne, wie so Schnittblumen aus Plastik. Ja. Die kannst du runterwerfen, wie du willst. So einfach gehen sie nicht kaputt. Nee. Dürfen wir dieses Buch eigentlich am Ende zerfetzen? Ich hoffe es. Stimmt. Du hast ja aufgehört zu singen, während ich das Gärtnern aufgegeben habe. Stimmt. Ich mach übrigens mal eine Umfrage. So. Okay. Das hab ich jetzt gerade mal so beschlossen. Ich will nicht nur eine Einzelne Noten singen. Wuhu! Ja, du kannst ja! Ja! Oh! 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 Omni singt für uns. Nu gestern... Gestern war doch gut! Ja, gestern hat das ja verankern funktioniert! Ich fang an zu singen, zack, Hand! Was machst du jetzt für eine Umfrage? Ja, warte mal.